die Gegend kämpft sich für die Möglichkeit es wird sowieso die Kälfte immer gegen mich aber du Wolltet Level 6 vertreten wir uns die Leute zu vertreten so ist Prozent Prozent Totsdienst ich habe gerade wieder umgewacht hat sich ich habe Prozent welcher was er jetzt für den Status zu wegen dem Bonnetz aber was das steht noch glückst du hast du vorgesagt drei Wurzler verbrecher verbrecher so das ist verbrecher wurde macht mich kaputt hat zu scheiß ich habe jetzt 6 Worn Tips jetzt jagen sie dich komm tötet mich tötet mich tötet mich ich habe es ein Auto gebot ich so wird es mal Pizza Service ach so und ich dafür tot liegen bleiben Pizza komm tötet mich tötet mich tötet mich weil die Polizei was machst du ich tötet den ich glaub du bist mal eher der Verbrecher boah das wäre auch richtig sein oder wenn ich Polizei werden würde und du Verbrecher jetzt hau den ab wäre interessant ich bin riesig ich bin riesig ich bin riesig da steht Steiner ach ne oh verdammt der hat mich getötet h h h h h kommt da jetzt endlich mal der Wettungsdienst ich bin tot ich bin der Biene ich bin der Biene ich bin der Biene ich bin der Biene Wette ich dankz es kommt vater mir egal was will er machen da komm ich halt ins Fängnis wenn die Welt durch echt so wäre ha Oh... Sag mal! Tupdi 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 du... es lässt sich entgegen was vielleicht entgegen die für lustig der Kohlwoller sich sagt ich weiß ich überfahren wird auf alle aktuell ist er ja klar ich habe erfahrt wie heißt jetzt ist aber das Lüge wird es in der Zeit der es kreischt sagt aber wie die heißt es wird Ende des Lärmdienstes ich muss gucken was guckst du um aber ich bin jetzt es war meine Aufnahme ich muss auch noch ein hochladet worden die Videos kommen er hätte auch also es die Erlöser stm als zu Worten in der Runde spart so verletzt gekommen ist ein Aufmerksamkeit ist am PLZ und D Ja, wieder mit Niklas. Was? Och man, ey. Das ist sehr realistisch. Du fährst zurück, was gegen einen Pfeiler und was passiert dann? Das Auto ist schon. Voll realistisch. Also ich bin Fahrschule. Ich auch. Ich bin der Dichter im Haufenferfer. Hast du den Aussage neu machen müssen? Ja, hab ich. Muss ich auch noch machen. Ich fahre damit, warte mal. Ich will bloß jetzt mal kurz schauen, ob ich mal schon machen kann. Wir müssen mal zum Handyladen, aber ich finde nicht. Slash. Liste. Mir, das gehört, dass ich Geld auf die Hand. Ich hab keine Hand. Kein Fahrlehrer war online. Ja, ich gibt die. Ich hab nur 189. Ich kann was abheben. Hier hinten sind Automat hebt ihr was ab. Slash. Automat. Geld abheben. 1, 2, 3, 4. Automat. Ich bin mir eben mal 20.000 ab. Mit 10, 1, 3. So viel Geld hast du nicht auf der Bank. Wie, der Wert, ach so. Nein, jetzt ist man es ein Bier wieder gecrasht, oder? Weil diese behinderte Java... 10.000 ab. Kaka. Ich hasse Java. Ich weiß. Ähm... Shit. So, ne Schmutz-Motor. Ich muss jetzt irgendwie mein SR-MP wieder zum Laufen bringen. Warte mal, ich mach du mal die Fahrstuhl, ich muss mal die SR-MP machen. Weißt du, es ist diese Blöde benutzen, Benutzerkontensteuerung mit Java-Update gekommen. Und dann, kackt dein SR-GTA. Gänse nicht? Was für eine Benutzerkontensteuerung? Ja, dieses möchten sie Java wirklich ausführen, oder so weißt du, dass es... Weißt du? Das sagt mir Gott nix. Du hast so, du hast es verschickt, die wir durch den Mann, der den P-Z zusammengebaut hat. Sie benutzen Kontensteuerung, ob ich die aktiviert. Mach ich auch bald, man nervt mich. So. Und jetzt bin ich das Aufnahme. Nachdem, Erfolg weiß, ja, war mein... Oh, hier ist mein Auto. Vorsicht, da darf er, ach, ist diese Warnung nicht geil? Nein, die Fresse ist ja nicht. Jetzt ist mein Geld natürlich auch nicht da, Slash-Motor. Wie viel Geld hast du jetzt insgesamt? Äh, Finanzen, ich habe auf einem Konto 65.000. Alter, läuft vor dir, ich hab 30.000. Es lagts wieder, keine Ahnung warum. So, ja, wir suchen uns auch gleich einen neuen Shop, wir wissen aber noch nicht was. Ja, Anwalt ist halt spielerbasierend, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ich will mal diesen Wontetecker ausprobieren. Aber ich denke, dass es auch Spiele passiert ist für die 4.000. Ich vermute allerdings, dass es auch spielerfokus, äh, spielerfixiert ist, oder spielerabhängig. Äh, weil ich vermute einfach mal, du kannst Leuten ihr Wortezweck machen, wenn sie wie wollen. Für Geld halt, ne? Oh man, jetzt hab ich wieder zwei Strafpunkte. Oh, Vorsicht, ein Radarfall, immer nicht so schön, dass ich, äh, Radarfallwarnung. Na? Slash-Führerschein. Slash-Führerschein. Ne, geht nicht. Slash-Fahrer-Führerschein. Oder du unterschreibst du Pfurerschein, Pfurerschein oder Pfurerschein? Na, mein Auto ist was leer, nur noch acht Lieder, wenn ich muss tanken. was passiert wenn ich jetzt HH sagt dann haue ich dir nicht drin ich gebe 32.000 auf Fiete morgens der letzte Schultag du hast 20.000 Euro auf deinem Konto abgebucht Slash Karlog Slash Karlog Slash nicht mehr bist du schnell unterwegs Mama ach nö also hier geht es aber vielleicht auch nicht auf dem Server ach nö gibt's überall du fährst Bus und dann überfährst du aus wenn jemand ne zähle ich die Zeichne Beschwerde einweichen gegen dich du hast selber schon bis auf der Straße rumläufst Slash Liste ist ein zum Fahrlehrer online Slash Klopftakt Niklas 308 nein Schwerde das ist nicht lustig Charlie wo bist du gerade Checkpoint Nummer ich weiß 20 und mir leid Tankstellen wo ich denn nennen LL ist Nähe Bohr Landstor sich durch SF Nö das ist nicht gut Tjero der aber wurde erfracht der Club Alhambra